Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Wir sind wieder bei dem Edgar-Lüscher-Seminar, die Lehrerfortbildung in Zwiesel 2018. Und der nächste Vortrag ist von Prof. Dr. Andreas Schreier über die Spalationsneutronenquelle ESS. Er kommt aus Lund-Extra, da ist nämlich diese Quelle in Schweden. Und er wird uns berichten, wie dieses Experiment funktioniert. Gute Unterhaltung. Vielen Dank für die Einladung. Nachdem wir heute Morgen ja einen Röntgenvormittag hatten, wo wir über die neuen Röntgenquellen gehört haben, freue ich mich, dass ich die Gelegenheit habe, die europäische Spalationsquelle vorzustellen, die sozusagen das große europäische Zukunftsprojekt ist im Bereich der Neutronen. Ich darf Ihnen zunächst mal das Neutronen vorstellen. Sie dürfen mir alles glauben, was ich Ihnen heute erzähle, nur nicht, dass das Neutron so aussieht. Alles andere ist hoffentlich richtig, das Bild nicht. Das Neutron ist furchtbar klein, es ist ganz, ganz furchtbar leicht und es heißt Neutron, weil es neutral ist. Und Sie wissen alle, das ist einer der zentralen Kernbausteine. Neutronen und Protonen bilden den Atomenkern. Drumherum befinden sich die Elektronen in der Schale. Und wir alle, die gesamte Materie besteht aus Neutronen, Protonen und Elektronen. Das heißt, das ist einer der zentralen Materiebausteine. Und wenn man hier, hier unten steht, eine Jobbeschreibung. Was Neutronen hauptsächlich machen, sie bilden Materie. Das ist, was die Natur, Gott, wer auch immer, woran immer Sie glauben, beschlossen hat, warum man Neutronen braucht. Die Menschheit verfügt über eine gewisse Intelligenz und hat festgestellt, man kann auch noch andere Sachen mit Neutronen machen. Wenn man es nämlich schafft, sie als freie Teilchen zu gewinnen, ist es eine fantastische Sonde, um Forschung zu machen. Und zwar erstens, weil sie neutral sind. Man kann nämlich wirklich wunderbar in Materie eindringen und dann aufgrund der Wechselwirkung die Interferenzbilder studieren. Und dann sind es auch noch kleine Magnete. Das heißt, das ist die klassische Probe immer gewesen, um was über magnetische Materialien auf atomarer Skala zu erfahren. Ja, hier ein bisschen mehr im Detail. Also nochmal, Neutronen sind neutral, können deswegen tief in Materie eindringen. Sie wechselwirken mit Materie, mit der nuklearen, mit der kurzreichweitigen Wechselwirkung. Das ist ein großer Unterschied zur Röntgenstrahlung. Deswegen bekommt man andere Informationen über Materie. Materie insbesondere, haben sie eine starke Wechselwirkung mit leichten Elementen, die wenige Elektronen haben, wo eben gerade Röntgenstrahlung eine sehr schwache Wechselwirkung hat. Sie haben einen Spinneinhalb, das heißt, sie sind kleine Dipolmagnete. Man hat also eine kräftige Wechselwirkung mit magnetischer Materialie. Und sie sind selber in sich instabil, das heißt, wenn sie einmal frei sind, haben sie eine mittlere Lebensdauer von 900 Sekunden. Aber das heißt, wir müssen halt zusehen, dass wir unsere Experimente innerhalb von diesen 900 Sekunden gemacht haben, dass, wenn man sich klar macht, wie schnell die Dinger sind, das allergeringste Problem ist. Ja, und dann ganz wichtig, man kann sich Neutronen in dem Bereich der Wellenlänge von atomaren Abständen besorgen. Nämlich dann, wenn man die Neutronen in dem Bereich dieser Energie sich besorgt, dann haben sie eine Geschwindigkeit für eine Wellenlänge von 1,8 Angstrom, was ja ungefähr so Größenordnung von atomaren Abständen ist, von 2200 Meter pro Sekunde. Das heißt, die Jungs sind ziemlich schnell, aber natürlich eine Geschwindigkeit, die man gut messen kann. Und was man dann insgesamt machen kann, ist, man kann herausfinden, wo sitzen die Atome, wie sind sie angeordnet und auch die Dynamik. Was tun sie denn? Und das passiert damit, dass man eben auch die Wechselwirkung, also auch inelastische Wechselwirkung mit Neutronen anguckt, indem man nämlich mit Neutronen Atome, also inelastisch wechselwirkt, das heißt, Dynamik erzeugt im Festkörper, dass Atome sich bewegen. Man gibt also vom Neutron Energie ab an Moleküle, Atome an Festkörper. Man misst dann diesen Energieverlust oder auch umgekehrt der Energiegewinn und kann so sehr viel auch über Dynamik in sehr leichter Weise herausfinden im Festkörper. Das sind Besonderheiten von Neutronen, warum sie sich seit Jahrzehnten sehr gut eignen als Forschung. Wie macht man grundsätzlich Experimente mit Neutronen? Das einfache Grundprinzip ist, man hat eine Quelle, wo man es irgendwie schafft, diese Neutronen, die ja festgebunden sind im Kern, zu befreien sozusagen. Wie das funktioniert, dazu kommen wir noch. Dann schickt man die durch eine Probe, die durchdringen sie ja gut, haben wir ja gerade schon gehört. Dann werden sie dadurch, sie machen dann Interferenzmuster, weil sie wellenbehaftete Teilchen sind. Und dann misst man mit diversen Detektoren, wo wie viele Neutronen landen. Und dann gibt es wesentliche Prinzipien in der Physik, die sie alle kennen, wenn man die anwendet und dann entsprechende komplexe Theorien baut, kann man dann herausfinden, wo sind die Atome und wie bewegen sie sich. Ein wichtiges ist Impulserhaltung, ein wichtiges Prinzip, das ist das Wesentliche, was man benötigt, um herauszufinden, wo die Atome sitzen. Dann Energieerhaltung, was ich gerade gesagt habe, in elastische Wechselwirkung mit Molekülenatomen im Festkörper. Da kann man was über die Dynamik im Festkörper herausfinden. Und Spinnehaltung, das sind ja kleine Magnete, kann man dann herausfinden, magnetische Strukturen im magnetischen Festkörper. Ja, nochmal zum Thema Interferenz. Kennen Sie alles, Experiment am Doppelspalt. Wenn Sie mit einer einfallenden Welle durch den Doppelspalt kommen, machen Sie ein Interferenzmuster. Und wenn Sie dann den Abstand des Doppelspalts ändern, ändert sich auch das Interferenzmuster. Und das ist exakt genau das, was wir mit Neutronen machen, nur eben auf atomaren Abständen. Wir besorgen uns die Neutronen mit Wellenlängen im Angströmenbereich, interferieren an Festkörpern, die eine Ansammlung von Atomen sind, und bekommen dann Interferenzmuster heraus, die uns was über die Anordnung von Atomen auf atomaren Längenskalen sagen. Das ist sozusagen der Trick. Es ist aber im Prinzip nichts anderes als derartige Experimente. Und was ich gerade alles erzähle, gilt natürlich in völlig analoger Weise auch für Röntgenstrahlen, mit denen man genau auf die gleiche Weise Experimente macht. Und es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Neutronen- und Röntgenexperimenten. Die Techniken sind die gleichen und auch die Theorien, mit denen man die Daten auswertet, sind auch die gleichen. Man muss praktisch nur den Wechselwirkungsparameter austauschen. Ja, und was kann man dann typischerweise machen? Ich nehme einfach mal ein paar typische Dinge vorweg, was man mit Neutronen dann machen kann. Zum Beispiel, sie sind eben neutral, das heißt, man kann tief in große Objekte eindringen. Und ich hatte ja gesagt, die sind besonders empfindlich auf Leichtelemente, zum Beispiel aus Wasserstoff. Was sie also tun können, sie können sich eine Brennstoffzelle im Betrieb angucken und können dann gucken, wie sich das Wasser da drin bewegt und wo es Blasen bildet, zum Beispiel. Das ist natürlich eine sehr wichtige Information, um Brennstoffzellen zu optimieren. So etwas kann man nur mit Neutronen machen, weil diese Kombination von Eigenschaften, leichte Elemente sehen und tief eindringen, haben sie mit keiner anderen Sonde. Und natürlich hat das dann technologische, technische Anwendungen, zum Beispiel die Technologie für elektrische Fahrzeuge weiterzuentwickeln. Dann, wie schon gesagt, magnetische Sonde, ist ein kleiner Dipolmagnet, war es seit Jahrzehnten eine ganz wichtige, die klassische Sonde gewesen, um Informationen auf atomarer Skala über magnetische Materialien zu finden. Man kann inzwischen auch schöne Dinge mit Röntgenstrahlung machen, aber die Informationen sind sehr komplementär, die man mit beiden Sonnen gewinnt. Und alles, was man heute schon über, Sie wissen, es gibt Hochtemperatur-Supraleitungen, faszinierende Sache, es gibt Materialien, die bei sehr hohen Temperaturen schon superleitend werden und dann widerstandslos den Strom leiten. Und natürlich möchte man letztendlich dahin kommen, so etwas auch bei Raumtemperatur machen zu können. Vieles von dem, was man versteht über diese Materialien, da haben Neutronen ganz entscheidende Beiträge geliefert und das wird auch in Zukunft so sein. Und natürlich sind derartige Erkenntnisse, wenn es denn mal gelingt, zum Beispiel einen Raumtemperatur-Supraleiter tatsächlich zu finden und zu entwickeln, natürlich für eine sehr energieeffiziente Transportmittel, wie zum Beispiel Züge, wichtig. Ja, und dann ein weiterer wichtiger Punkt, wie schon betont, Neutronen sind ganz wesentlich, um leicht Elemente, zum Beispiel Wasserstoff, zu lokalisieren, biologische Makromoleküle, wie Proteine zum Beispiel, zu untersuchen, da liefern Röntgenstrahlen ganz fantastische Ergebnisse, ganz fantastische Möglichkeiten. Es wurde gesagt, dass an der ESRF zum Beispiel, an der europäischen Synchrotronquelle, eine große industrielle Nutzung dadurch stattfindet, dass man eben diese Analysen, also diese atomaren Strukturanalysen, kristallografischen Strukturanalysen von diesen hochkomplexen Molekülen mit Synchrotronstrahlung benutzt, dass das eben von Firmen benutzt wird, um dann mit dieser Kenntnis neue Medikamente zu entwickeln. Aber Röntgenstrahlung können viel, aber nicht alles. Wenn Sie wissen wollen, wo die Wasserstoffatome sitzen, die für die Funktion sehr wichtig sein können, dann brauchen Sie ergänzende Neutronenexperimente. Und die Kombination dann von Röntgen- und Neutronen liefert Ihnen dann wirklich die richtigen, wesentlichen Antworten. Und das ist natürlich für Entwicklung weiter verbesserter Medikamente wesentlich. So, und das ist so eine Folie, die wir dann machen, vor allen Dingen für Politiker. Wir zeigen dann halt, dass es wahnsinnig viele Technologiegebiete gibt, wo Neutronen in der Vergangenheit schon wesentliche Beiträge geliefert haben und wo das auch in Zukunft so sein wird, ob das Energieforschung ist, Medizin, Elektronik und so weiter und so fort. Wasserstoff zum Beispiel als Energiequelle, ganz wichtig. Wasserstoffbetriebene Autos, Wasserstofftanks, Sie wollen gucken, wie wird ein Tank im Betrieb mit Wasserstoff befüllt. Da können Sie mit Neutronen reingucken, können Sie zugucken und Fotos machen. Funktioniert wunderbar. Also es gibt sehr, sehr viele technologische Anwendungen. So, jetzt zur Geschichte der Neutronenquellen. Sie haben ja in den beiden Vorträgen heute Morgen schon gesehen, wie das im Röntgenbereich gelaufen ist mit den Synchrotronenquellen. Und was man da gesehen hat, ist auf einer logarithmischen Skala so eine schöne Steigerung. Damit können wir leider im Bereich der Neutronen nicht aufwarten, sondern was Sie tatsächlich sehen, ist, es gibt hier so eine Sättigung. Das ist also hier als die Kernspaltungsreaktoren in den 40er Jahren dann, als das entdeckt wurde, hat man sie entwickelt, eben auch als Neutronenquelle, um eben mit freien Neutronen dann Forschung zu machen. Und Sie sehen, die Intensität dieser Kernspaltungsreaktoren sättigt im Wesentlichen. Und das hat einfach technische Gründe. Sie können die Energie weiter erhöhen, aber letztendlich den Neutronenfluss, den Sie extrahieren können, können Sie nicht einfach, da kommt man einfach leider nicht wesentlich weiter. Übrigens der FM2, also der von der TUM betriebene Reaktor gemeinsam mit der Helmholtz-Gemeinschaft, über den wir im nächsten Vortrag hören, liegt hier. Also einer der neuesten Reaktorquellen und modernsten, die es gibt. Es gab dann in den 70er Jahren eine weitere Entwicklung. Man hat gesagt, na gut, wir müssen halt nochmal nach einer anderen Möglichkeit suchen, freie Neutronen zu erzeugen. Man hat den sogenannten Spalationsprozess genutzt, erkläre ich nachher noch genauer. Und da hat man es dann tatsächlich geschafft, im Peakfluss, das sind gepulste Quellen, also im Peakfluss dieses Pulses, dann die Neutronenquellen, die Dauerflussquellen sind, zu überbieten. Und das ist das, was Sie hier sehen. Und hier sind die neuen, das sind alles existierende Quellen. Und was hier sozusagen als neue Quelle eingezeichnet ist, ist die ESS. Das sind wir. Wir sind gegründet worden, um das zu erreichen, was Sie hier sehen, die weltweit flussstärkste Neutronenquelle zu werden. Und wie wir das machen, das erzähle ich Ihnen. Gut, Nobelpreise wurden heute Morgen auch schon erwähnt. Hier ist sozusagen die Neutronenversion davon. Es gibt also zunächst mal für die Entdeckung des Neutrons, ohne das geht es ja nicht, 1935 gab es den ersten Nobelpreis für Chadwick. Was heißt das? Ja, R32 entdeckt, 1935 den Preis bekommen. Und dann für die Methode mit Neutronen Forschung zu betreiben, also erstens, wo sind die Atome und wie bewegen sich diese beiden Punkte, also elastische und inelastische Neutronendiffraktion, gab es einen Nobelpreis 1994 für Cliff Schall und Bert Brockhaus, ein Amerikaner und ein Kanadier, die damals in den 40er Jahren die ersten Experimente gemacht haben an diesen ersten Reaktoren, die es damals in den USA und Kanada gab, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Geschichte ist dann weitergegangen. Das sind sozusagen diese beiden genannten Preise hier. Aber Neutronen haben dann auch indirekt ganz wesentlich zu anderen Nobelpreisen beigetragen, nämlich wenn es dann darum ging, das war dann immer so, dass Theoretiker wie Degen zum Beispiel oder hier Thaulis, Halden und Kostelitz gerade vor zwei Jahren den Nobelpreis bekommen. Die haben sich hingesetzt, haben sich Theorien überlegt, wie sollte sich kondensierte Materie verhalten. Und der Beweis, dass diese Theorien, dass es tatsächlich so ist, dass Materie sich so verhält, wurde dann in diesen Fällen eindeutig ganz wesentlich von Neutronen gebracht, sodass also in den entsprechenden Laudatios für die entsprechenden Nobelpreise Neutronen als ganz zentrale Techniken aufgeführt sind. Das heißt, es zeigt einfach, Neutronen sind ein wichtiges Werkzeug, um aktuelle Forschung voranzutreiben. Was für Objekte, an was kann man denn Neutronenforschung machen? Und zunächst mal kann man Neutronenforschung über eine riesen Längenskalen betreiben, also an Objekten, an Proben, an Fragestellungen, auf sehr vielen Längenskalen. Das fängt also an auf, ja, ich sag mal Millimetern bis Metern sogar, große Objekte durchleuchten, einfach durch fotografische Verfahren, erkläre ich gleich alles nochmal ein bisschen im Detail. Dann geht es weiter in kleiner Winkelstreuung, Kleinwinkelstreuung, Reflektometrie, bis also in den Mikrometer-Nanometer-Bereich, bis hin zu atomaren Abständen. Und dann können Sie natürlich auch Forschung am Neutronen selber machen, dann sozusagen auf Kernskalen. Typische Fragestellungen sind dann zum Beispiel industrielle Komponenten, Texturen, das heißt Kristallitverteilungen in Polykristallen, Bakterien, Viruse, magnetische Domänen, Polymere, Proteine, Zellmembranen, atomare Strukturen und so weiter und so fort. Das sind typische Fragestellungen, die Sie sich angucken können, wenn Sie über die verschiedenen Längenskalen gehen. Nun ist das aber noch nicht alles. Ich hatte ja gesagt, Neutronen können auch inelastisch mit der Materie wechselwirken. Das heißt, Sie geben Energie ab oder Sie nehmen Energie auf von den Atomen, mit denen Sie wechselwirken, in kondensierter Materie und dann kann man was über die Dynamik rausfinden in den Proben. Und dann können Sie zum Beispiel was über Dynamik von Domänenwänden rausfinden, Dynamik von Makromolekülen, über die Diffusion von Molekülen, über Rotationstunneln, die Dynamik von magnetischen Gittern, über Gitterschwingungen und dergleichen. Das passiert dann eben hier, das ist die Skala der Anregungsenergien, die Sie mit Neutronen erzeugen können. Und was hier so bunt dargestellt ist, sind die entsprechenden speziellen, experimentellen Techniken, die man dafür entwickelt hat. Und das erkläre ich auch noch ein bisschen. Was Sie hier auch sehen, sind verschiedene andere komplementäre Techniken, die auch in diesem Längenskalenbereich natürlich Informationen liefern können. Röntgenstrahlung ist natürlich eine davon. Die entsprechenden Techniken sind oft sehr ähnlich. Aber die Information, die Sie rausbekommen, ist nicht die gleiche, weil Sie wechselwirken immer anders mit Materie. Das heißt, Sie bekommen im Detail andere Informationen raus. Und was wir auch heute in verschiedenen Beispielen schon gesehen haben, was meistens heutzutage gemacht ist, Sie benutzen nicht eine Methode, Sie benutzen immer eine Kombination von dem, was hier so aufgelistet ist. Und sehr oft eben auch Röntgen und Neutronen in Kombination. Gut, und im Folgenden möchte ich jetzt durch diese Techniken noch mal ein bisschen im Einzelnen durchgehen. Einfach um Ihnen so qualitativ, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, zu erklären, wie wir denn tatsächlich solche Messungen machen, wie das denn tatsächlich funktioniert, ohne zu sehr theoretisch zu werden oder ins Detail zu gehen. Und ich fange mit dem einfachsten an. Wir machen einfach Bilder mit Neutronen. Das heißt, das ist das, was Sie mit einem normalen Fotoapparat kennen, nur dass wir eben als Lichtquelle kein sichtbares Licht benutzen, sondern wir benutzen das Licht, wir benutzen die Neutronen aus einer Neutronenquelle. Das kann eine Spalationsquelle sein, das kann ein Reaktor sein und sorgen dafür, dass dieses halbwegs parallel sozusagen dann durch das Objekt durchkommt. Und dann haben wir hinten einen Detektor, das was sozusagen die CCD-Kamera in unseren Handys ist, das Analogon davon. Damit können Sie ein Bild aufnehmen, ein Durchstrahlungsbild. Und Sie sehen hier ein Beispiel, der gleiche Motor mit Röntgenstrahlung und mit Neutronen aufgenommen. Und Sie sehen hier, viele Dinge sind hier wesentlich dunkler als da. Und das liegt daran, dass Röntgenstrahlung in metallischen Materialien sehr viel stärker akzeptiert wird als Neutronen. Das ist ein Vorteil. Das heißt, wenn Sie herausfinden wollen, was hier im Inneren des Motors passiert, während er sich bewegt, geht das viel besser mit Neutronen als mit Röntgenstrahlung. Und man kann sogar Sachen machen, das ist am FM2 ja früher auch schon gemacht worden. Man kann dann am Motor im Betrieb angucken. Man kann Öl, ist da stark wasserstoffhaltig, dann können Sie tatsächlich gucken, wie die Ölschmierung in einem laufenden Motor läuft. Das machen Sie mit strobokopischen Methoden, summieren hinterher die Bilder auf. Da können Sie sowas tatsächlich gucken. Sowas können Sie nur mit Neutronen machen. Röntgen geht nicht. Hier ist noch ein anderes schönes Beispiel. Sie erkennen sicherlich, was das ist. Es ist jetzt kein aktuelles Forschungsthema, das so typischerweise betrieben ist, aber es zeigt einfach, was geht. Sie können in ein großes Objekt, also zum Beispiel auch in eine klassische italienische Espressomaschine reingucken und können gucken, was die Flüssigkeit, die ja stark wasserstoffhaltig ist, was die macht und können davon einen Film machen. Und das können Sie natürlich auch viele andere technologisch wesentlich relevantere Objekte anwenden. Zum Beispiel das Beispiel von einem Wasserstofftank, wo Sie reingucken, wo Sie gucken, wie der Wasserstoff sich verteilt, während er beladen wird. Sowas will man wirklich wissen und man will entsprechend die Materialien, die Wasserstoffspeichermaterialien in diesen Tanks entsprechend optimieren und mit Neutronen sind da ein absolut entscheidendes, wichtiges Werkzeug, wie das geht. Ja, und jetzt habe ich lange genug geredet und der Kaffee ist fertig. Gut, jetzt werden wir ein kleines bisschen komplizierter. Jetzt gehen wir zu etwas kleineren Längenskalen in den Mikrometer- bis Nanometer-Bereich und da gibt es viele Materialklassen, wo also Viren zum Beispiel, Polymere, wo also Objekte gibt, wo man einfach die Verteilung, die Größenverteilung und die Dichteverteilung in solchen Materialien kennenlernen will. und da gibt es die sogenannte Kleinwinkelstreuung. Was man da macht, ist im Prinzip, man nimmt ein Interferenzmuster auf, ja, das, was ich vorhin schon erzählt hatte, man durchstrahlt also seine Probe, die hat hier also irgendwelche Teilchen, die haben Teilchengrößenverteilung im Nanometer- bis Mikrometer-Bereich in einer bestimmten Dichte und da hat man hinterher einen ortsauflösenden Detektor und dann bekommt man solche Daten und was man misst, ist praktisch, wie weitet sich der Strahl auf. Das ist nichts anderes als Interferenzmuster, da geht das Breckgesetz ein, was eine Winkelbeziehung bei gegebener Wellenlänge zwischen dem Beugungswinkel und der Größe des beugenden Objekts herstellt. Das heißt, je größer das beugende Objekt ist, desto kleiner ist der Winkel. Und wenn Sie das jetzt richtig durchrechnen, was man einfach macht, man misst die Strahlaufweitung und kann dann aus diesem Bild zurückrechnen, na, wie viele von diesen Teilchen waren denn da drin in meinem Material und was ist die Größenverteilung von diesen Teilchen. Ganz wichtige Methoden, sowohl in der Röntgen als auch in der Neutronenstörung. Jetzt werden wir wieder ein bisschen kleiner. Reflektometrie, andere wichtige Technik, wie der Name schon sagt, man reflektiert von etwas. Das heißt, was man da anguckt, Sie wissen, dass es gibt sehr viele Schichtsysteme, auch von unglaublich großer technologischer Bedeutung. Und wenn man jetzt wissen will, na gut, wie sind denn die Schichten übereinander gestapelt, wie sind denn die Grenzflächen zwischen diesen Schichten, dann ist eben diese Methode der Reflektometrie die Methode der Wahl. Sie machen hier mit Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, messen Sie als Funktion des Winkels und dann kriegen Sie auch solche Interferenzmuster. Und zum Beispiel in diesem ganz einfachen Beispiel ist einfach der Abstand dieser Maxima ein direktes Maß für die Dicke des Films. Und das können Sie dann für ganz komplexe Filmstrukturen machen und können dann rausfinden, auch über die Rauigkeit innerhalb des Systems und so weiter und dann können Sie noch schlauer werden und das mit der Kleinwinkelstreutechnik kombinieren und das machen die beiden Kollegen hier schon ihr ganzes Leben lang. Das nennt sich dann Grazing Incidents Kleinwinkelstreuung. Also tolle Methode, mit der man etwas über Strukturen, Schichtstrukturen herausfinden kann. Und jetzt gehen wir noch, werden wir noch ein bisschen kleiner, das heißt wir gehen jetzt in den Bereich der atomaren Abstände und was passiert da? Naja, da passiert genau das, aber wir machen auch wieder, wir machen jetzt Interferenz an regelmäßigen Atomstrukturen. Also Sie erinnern sich an einen Doppelspalt. Statt an einen Doppelspalt machen wir jetzt Beugung, Interferenz an regelmäßigen atomaren Strukturen. Wieder das Breck-Gesetz hier. Für eine gegebene Wellenlänge bekommen Sie dann eben ein Reflexmaximum unter einem bestimmten oder umgekehrt, also für einen bestimmten Netzebenenabstand bekommen Sie bei einer gegebenen Wellenlänge, unter der Sie reingehen, dann eben unter diesem Winkel ein Beugungsmaximum und können das dann entsprechend aus dieser einfachen Beziehung dann solche Netzebenenabstände berechnen. Ja, und wie macht man das jetzt dann in Praxis? Ich nehme jetzt mal das Beispiel der Flugzeitmethode, weil das für Spalationen besonders relevant ist. Sie haben hier also eine gepulste Quelle, unsere Spalationsquellen sind typischerweise gepulst und dann fliegen die Neutronen los und da sind alle möglichen Energien drin. Ja, die Schnellen, das sind die Roten hier, der hohen Energie, die fliegen ganz schnell, das ist also Zeit hier, da ist, Entschuldigung, hier ist Entfernung aufgetragen, hier ist Distanz aufgetragen, das heißt, die Schnellen, die Neutronen, die Schnellen, die Neutronen, die haben hier eine starke Steigung, während die Langsamen, die sind hier kalt gemalt, die Kalten Neutronen, die mit niedriger Geschwindigkeit, die bewegen sich auf dieser Trajektorie und dann können Sie das entsprechend, das Breck-Gesetz hier einfach umschreiben, wenn Sie da so ein paar Neutronengrößen einsetzen, typischerweise für Neutronen, Energie, Geschwindigkeit, dann können Sie das so umschreiben, dann entspricht also jede Wellenlänge entspricht für und für den gegebenen Abstand einem entsprechenden Zeitkanal, in dem Sie dann einen solchen Breck-Reflex bekommen. Das heißt, Sie stellen Ihren Detektor an eine bestimmte Stelle und gucken dann einfach, wie die Neutronenintensität variiert und dann bekommen Sie eben entsprechende Maxima hier und auf diese Weise können Sie dann eben diese Maxima messen und dann über diese einfache Beziehung zurückrechnen auf die Netzebenenabstände. So macht man das im Prinzip. Ja, und gleichzeitig kann man das natürlich, funktioniert das in alle Raumrichtungen, das heißt, die Neutronen werden in alle Raumrichtungen gestreut, das heißt, was man tatsächlich baut, sind solche Geräte hier, wo man hier die, hier kommen die Neutronen an, hier stellt man die Probe hin und dann hat man riesige, das sind alles Detektorflächen hier, riesige Detektorflächen, praktisch in 4P drumherum, um auch wirklich alle gestreuten Neutronen in allen Zeitkanälen einzufassen und das dann aufzuaddieren. So macht man Flugzeitspektrometrie, deswegen sind die Spektrometer oder die Diffraktometer, die wir bauen, eben auch oft Riesengeräte mit riesen Detektorflächen. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Beispiel, inelastische Neutronenstreuung, da hatte ich ja gesagt, was man da dann zusätzlich macht, ist, dass man eben auch noch den Energiegewinn oder Verlust der Neutronen misst, wenn sie dann wechselwirken mit der Probe. Das macht man dann folgendermaßen, wir sind jetzt wieder ein Beispiel einer Flugzeitspektrometers in diesem Fall, Sie haben hier von dem ursprünglichen Puls, den die Quelle macht, dann nehmen Sie jetzt einen Chopper hin, eine rotierende Scheibe mit einem Loch drin, zeige ich gleich noch ein Bild davon, die löst, die sucht Ihnen jetzt von diesem ganzen breiten, das ist ja ein breites Energiespektrum, Geschwindigkeit, entspricht ja auch verschiedener Energie, Neutronenergie, suchen Sie sich jetzt eine Einfallsenergie raus und dann wechseln Sie, wechselwirkt dann das Neutron mit der Probe, ändert seine Energie dran und dann messen Sie, messen Sie entsprechend, wo das Neutron am Detektor ankommt, zu welcher Zeit und daraus können Sie dann die Differenz, die Energiedifferenz berechnen des Neutrons, das heißt, wie viel Energie hat das Neutron gewonnen oder verloren, während der Wechselwirkung und auf diese Weise können Sie eben derartige inelastische Prozesse messen und dazu benutzt man eben solche Chopper, das sind einfach letztendlich rotierende Scheiben mit Löchern drin, der Neutronenstrahl kommt hier durch, da ist ein Loch drin und auf die Weise Pulsen machen die dann aus dem breiten Puls einen schmalen Puls sozusagen, kann man sich vorstellen, ganz wichtige Technik für diese Flugzeitspektrometer und so ein Gerät sieht dann auch wieder so aus, dass Sie eine Probe hier haben und eine Riesenfläche von Detektoren drumherum, um eben die ganzen Neutronen, die da gebeugt werden, den Ort zu messen und gleichzeitig die Zeit, wann Sie denn da ankommen und daraus bekommen Sie dann die gesamte Information. Gut, das war jetzt im Schnelldurchgang sozusagen vereinfacht, wie wir denn Informationen gewinnen mit Neutronen, welche Wissenschaftsgebiete, wir machen, das können Sie hier an diesem Tortendiagramm sehen, das sind Daten vom ILL, Institut Laon-Langevin, das ist die europäische Neutronenquelle, die in Kollaboration praktisch der gleichen Länder, die auch uns finanzieren, in Grenoble in Frankreich betrieben wird, das ist die aktuell weltweit führende Neutronenquelle und Sie sehen hier die verschiedenen Wissenschaftsgebiete, die da betrieben werden, Magnetismus, Materialforschung, Struktur und Chemie, angewandte Forschung, also das ist so Eigenspannungsforschung und sowas, also Industrieforschung und industrielle Komponenten angucken, Lebenswissenschaften, weiche Materie und Flüssigkeiten und Gläser. Und man braucht jeweils spezielle Instrumente, um diese verschiedenen Techniken und Forschungsgebiete abzudecken. Diese kleinen Icons hier, die kommen wieder, wenn ich Ihnen später unsere ESS-Instrumente zeige, wo wir dann zeigen, welche Wissenschaftsgebiete nach dieser Matrix die hier abdecken können. Dann möchte ich Ihnen jetzt nach diesem allgemeinen Einführung, wofür Neutronen, was man damit Schönes machen kann, ein bisschen mehr zu ESS erzählen. Nochmal hier wiederholt, das sind praktisch die gleichen Daten, die ich Ihnen vorhin auf dem Logplot erzählt habe, als unser neuer Generaldirektor angefangen hat, angefangen hat bei uns vor etwas mehr als einem Jahr, war ihm dieser Logplot, das war für Politiker nicht geeignet. Er fand also die gleichen Daten hier auf dem linearen Plot viel eindrucksvoller, sind natürlich die gleichen Daten, wo man einfach sieht, wie viel höher der Neutronenfluss an der ESS sein wird und man sieht hier eben auch andere wohlbekannte Quellen. Der FM2 ist hier auch drauf, wie gesagt, eine der modernsten und führenden Quellen, die wir in der Welt haben. Wir sind eine europäische Kollaboration. Die Sitzländer sind Schweden und Dänemark, die zahlen tatsächlich diese beiden kleinen Länder zusammen, zahlen fast die Hälfte der Baukosten, also wirklich erheblicher Anteil und für den Betrieb später zahlen sie 15%, weil sie natürlich davon ausgehen, die meisten Neutronenforscher sitzen natürlich nicht in Dänemark und Schweden, sondern im Rest Europas, dann sollen doch bitte auch die Länder, wo die alle herkommen, den Großteil der Betriebskosten zahlen. Der Grund, dass die bereit sind, so einen hohen Anteil an den Baukosten zu zahlen, hängt natürlich damit zusammen, dass die Wertschöpfung dafür natürlich im Wesentlichen auch in den Sitzländern passiert. Das heißt, da werden natürlich nicht unbedingt spanische oder italienische Baufirmen beauftragt, sondern es sind dann schon schwedische und dänische und dementsprechend ist auch die Bereitschaft entsprechend da. Und dann gibt es eine große Anzahl von Nicht-Sitzländern und die sind alle hier farbig markiert auf dieser Karte. Deutschland ist natürlich auch dabei. Die zahlen den Rest der Baukosten und dann eben den Großteil der Betriebskosten in Zukunft, weil natürlich die große Zahl der Neutronenforscher außerhalb von Schweden und Dänemark residiert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, In-Kind-Modell, In-Kind-Deliveries, das heißt, der Beitrag der Nicht-Sitzländer passiert zu einem wesentlichen Teil und bis zu rund 70 Prozent, indem man nicht einfach Geld überweist an uns und wir kaufen dann alles oder bestellen alles, sondern wir bekommen Komponenten, fertige Instrumente, Beschleuniger- Komponenten aus unseren Mitgliedsländern geliefert, was eben wiederum den Vorteil hat, dass wir auf diese Weise eben auch enge Zusammenarbeit haben mit den ganzen nationalen Labors und Experten, die auf diesem Gebiet unterwegs sind. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Baukosten, aufgrund der Frage von heute Morgen habe ich es ergänzt, das ist alles andere als ein Geheimnis, 1,843 Milliarden und das ist für uns immer ganz wichtig, in Preisen von 2013. Was gibt die Inflation, das heißt, inzwischen ist das mehr. Das ist der Baupreis, den die Länder, die hier aufgelistet sind, zugesagt haben. Noch ein bisschen, wo sind wir genau? Also wir sind hier in Südschweden, in Lund, direkt in der Nachbarschaft von Malmö. Jetzt kann man sich fragen, das ist ja relativ am Rand von Europa, wieso kommt man auf die Idee, das da hin zu machen? Naja, dazu muss man halt wissen. Es gibt ja diese Öresundbrücke, dieses fantastische Bauwerk, das Kopenhagen und Malmö verbindet. Da kann man mit dem Auto drüber fahren, es gibt aber auch ständig Züge, die da drüber fahren, das heißt, es gibt eine exzellente Verbindung zwischen Kopenhagen und Malmö beziehungsweise Lund. Und wenn man dann noch weiß, dass Kopenhagen wirklich ein großer internationaler Flughafen ist, mit exzellenten Anbindungen nach ganz Europa und in die ganze Welt, dann ist es schon so, dass wir wirklich sehr, sehr gut erreichbar sind von überall her. Das ist völlig klar. Deswegen macht es durchaus Sinn, das dort zu machen und im Vergleich zu allen anderen Standorten, die damals diskutiert wurden, ist es auch unter diesem Aspekt sicherlich der beste. Gut, einfach nur ganz kurz zu uns als Organisation, wir sind inzwischen 455 Mitarbeiter aus aller Herren Länder, 50 Nationalitäten, das macht natürlich auch eine ganz besondere, spannende Arbeitsatmosphäre und eben ganz wichtig, viele In-Kind-Partner aus ganz Europa, die uns helfen, die Quelle zu bauen. Das machen wir nicht alleine, sondern das geht nur mit diesen vielen In-Kind-Partnern. Hier ist jetzt eine Liste dieser In-Kind-Partner und ich habe es direkt mal markiert. Die Technische Universität München ist natürlich dabei. Ich zeige gleich noch, was sie liefert, aber im Wesentlichen, sie liefert wesentliche Bestandteile von zwei Instrumenten und ist auch der führende Partner, der zwei Instrumente für uns baut. Es gibt noch weitere deutsche Partner, die da ebenfalls wesentliche Bestandteile liefern. Ganz kurz zur Vorgeschichte. Sie können sich vorstellen, Europa, man einigt sich dann zwar irgendwann, es dauert aber ewig, bis man sich auf irgendwas geeinigt hat und das war natürlich bei der europäischen Spalationsquelle auch nicht anders. Dieser Zeitpfeil hier fängt 2003 an. Die Wahrheit ist natürlich, selbst davor gab es noch lange, lange viele Diskussionen. Aber wir fangen jetzt einfach mal hier an. 2003 hatte man sich auf, hatte man ein erstes Design entwickelt und hat dann angefangen eben eine, entschieden so, jetzt müssen wir einen Ort finden, wo wir das denn bauen können. Damals war auch Deutschland vorgeschlagen. Das hat man aber damals nicht realisiert, weil es gab andere Vorschläge, nämlich Fair und X-Fail. Das sind die beiden ja zwei Großgeräte, die gestern und heute schon erwähnt wurden. Und letztendlich hat sich die Bundesregierung dafür entschieden, wir können nicht zu viel gleichzeitig bauen. Wir setzen mal unsere Pferdchen auf Fair und X-Fail und unterstützen, dass die ESS woanders gebaut wird. Und genau so ist es dann gelaufen. Man hat sich 2009 entschieden in Lund. Es gab verschiedene Wettbewerbe, auch noch in Ungarn und in Nordspanien. Man hat sich dann für den Vorschlag in Lund entschieden, hat dann, da inzwischen eine ganze Menge Zeit vergangen war, nochmal ein Design-Update gemacht, hat also nochmal alles modernisiert und auf den aktuellen Stand gebracht. Das 2012 war fertig und dann wurde entschieden, jawohl, dann wurden die Kosten festgesetzt. Das war nämlich die Zahl, die ich gerade genannt habe. Und man hat entschieden, so jetzt bauen wir, können wir anfangen. 2014 wurde dann mit dem Bau begonnen. Seitdem läuft der Bau. Ich zeige später noch Fotos. Ja, und dann sind wir bald, machen wir Neutronen und fangen mit dem Nutzerprogramm Ende 2023 an. Und der Plan ist, dass wir 2025 mit dem Bau fertig sind, was konkret heißt, dass wir 15 Instrumente, Forschungsinstrumente fertiggestellt haben werden. Und dazu sage ich gleich noch einiges mehr. So, und jetzt im Detail, was bauen wir denn da eigentlich? Was Sie hier sehen, ist also zunächst mal, das Lange hier ist natürlich der Beschleuniger, einen Protonenbeschleuniger und zwar der mit der höchsten Leistung Protonenstrom weltweit. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, um die Spalationsquelle, um die weltintensivste Spalationsquelle zu bauen. Warum das so ist, dazu sage ich gleich noch was. Der entsteht hier. Hier an dieser Stelle ist eine Target-Station. Da knallen die Protonen dann drauf auf ein rotierendes Wolfram-Rad. Dieses Wolfram-Rad, also wenn die Protonen da draufknallen, passiert ein Spalationsprozess, erkläre ich gleich noch genauer. Dabei werden dann freie Neutronen erzeugt. Die Spezifikationen sind, dass hier eine Energie von 5 Megawatt freigesetzt wird. Das ist also eine sehr große Energie. Um das machen zu können, dass dieses Target das auch überlebt, muss es erstens aktiv gekühlt werden. Zweitens braucht man ein hochschmelzendes Material. Das ist Wolfram. Und drittens, damit man es nicht immer an der gleichen Stelle trifft, macht man halt ein Rad, dass man dann immer schön weiter dreht, dass wenn der nächste Puls kommt, man auf eine andere Stelle am Rad trifft. Und das, wie gesagt, alles aktiv gekühlt. Dieses Rad hat einen Durchmesser von 2,5 Meter und ist 5 Tonnen schwer. Die Protonen kommen von hier und treffen hier auf das Target auf. Hier werden also dann freie Neutronen in sehr hoher Flussdichte erzeugt. Allerdings passt da die Energie noch nicht. Was man dann hier drüber hat, das sind sogenannte Moderatoren mit Wasserstoff, 20 Kelvin Wasserstoff oder aber Wasser, Raumtemperatur, dazu komme ich gleich noch, die moderieren dann die Neutronen auf die Energie im Angstturmbereich, die wir benötigen. Ja, und genau das sieht man hier jetzt nämlich im nächsten Bild. Das sind sozusagen diese Moderatoren, wo sehr viel Entwicklung reingeflossen ist, denn das ist ja die eigentliche Neutronenquelle, auf die unsere Instrumente dann hinterher drauf gucken und wo die Neutronen extrahiert werden. Das heißt, da hat man sehr viel optimiert, um das entsprechend als optimale Neutronenquelle zu machen. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Ja, und dann, was dann hinterher rauskommt, sind Neutronenpulse. Ganz wichtig, also der Protonenbeschleuniger macht gepulste Protonen, die dann eben aufs Target treffen und dann gepulste Neutronen erzeugen, die dann moderiert werden. Und was man hinterher rausbekommt, ist ein solcher breiter Neutronenpuls mit einer Frequenz von 14 Hertz. Das gleich in Beziehung zu setzen zu anderen Quellen, kommt auch gleich nochmal. Auf jeden Fall, das ist das Grundprinzip, wie die gesamte Anlage funktionieren wird. Jetzt noch ein bisschen was zur Spallation. Wie wird denn eigentlich die freien Neutronen erzeugt? Was hier oben gezeigt ist, ist natürlich erstmal der klassische Kernspaltungsprozess, so wie er am FM2 zum Beispiel läuft. Das heißt, ein Neutron mit der richtigen Energie trifft auf den Kern, spaltet den auf, in dem Mittel drei Neutronen entstehen und ein Teil davon, im Rahmen einer Kettenreaktion, spaltet dann weitere Kerne auf. Spallationsprozess dagegen, weil wir haben ein hochenergetisches Proton, das auf einen schweren Kern, zum Beispiel eben Wolfram, trifft. Dieser wird dabei hoch angereichert und dampft dabei bis zu 30 Neutronen ab. Das heißt, es ist also im Vergleich zu dem Kernspaltungsprozess, was die Neutronenfreisetzung angeht, ein sehr effizienter Prozess. Und wenn man sich die energetischen Verhältnisse anguckt, dann ist sozusagen auch der Energieaufwand, den man pro Neutron braucht, deutlich geringer, nämlich nur ungefähr ein Sechstel. Also ein relativ energieeffizienter Prozess. Gut, und wenn man jetzt dann, kann man hier nochmal betrachten, letztendlich ist die Anzahl der Protonen, der Neutronen, die man erzeugt, ist einfach proportional zum Protonenstrom, mit dem man den Spallationsprozess erzeugt. Und das sieht man entsprechend hier. Und wenn man jetzt die energetischen Verhältnisse anguckt, ISIS, das ist die existierende gepulste Neutronenquelle, die wir in England derzeit haben, in Europa, hat benutzte Energie von 800 MeV, Protonenenergie und Strom von 200 Mikroampere, macht also eine thermische Leistung von 160 Kilowatt. Wir dagegen werden 2,5 GeV, Gigaelektronenvolt und 2 Milliampere benutzen. Das macht dann die thermische Leistung von 5 Megawatt Energie, die dann natürlich hinterher auch diszipliert werden muss in diesem Target. Deswegen, wie gesagt, das aktiv gekühlte, rotierende Wolframrad. Und dazu kommt dann noch, wenn man das jetzt noch vergleicht, wie gesagt, das Produktionsvolumen von Neutronen beim Spallationsprozess ist auch noch relativ klein. Das heißt, insgesamt können Sie argumentieren, dass sozusagen eine 1 Megawatt Spallationsquelle im Mittel dem Fluss eines 10 Megawatt Reaktors, entsprechende Quellenzahlen sind hier aufgeführt. Nun ist es aber so, dass Reaktoren sind ja Dauerquellen, das heißt, der Kernspartungsprozess läuft ständig und Sie erzeugen dann ständig einen entsprechenden Neutronenfluss. Hier ist als Beispiel mal die Quelle ILL aufgeführt, die, wie schon angesprochen, die derzeit weltweit intensivste Neutronenquelle ist. Und im Vergleich dazu ISIS, die Quelle in Großbritannien mit ihren beiden Target Stations. Und das ist eben eine gepulste Quelle. Und was Sie da sehr deutlich sehen, dass für diese beiden, diesen Vergleich ist, die Anzahl von Neutronen, die da letztendlich erzeugt werden, sind wesentlich geringer. Und bei der neuen Target Station 2 schafft man es im Puls, gerade mal so ein bisschen über die Dauerintensität, die das ILL erzeugt. Aber die Aufgabe bei uns ist eben, sozusagen genau das wesentlich zu verbessern. Und das zeige ich Ihnen dann gleich. Und das kommt hier. Was Sie hier jetzt sehen, das ist der ESS-Puls im Vergleich zu anderen gepulsten Spalationsquellen zunächst mal weltweit. Und zwar das hier, dieser Puls hier, das ist der, wie wir ihn versprochen hatten 2013, als wir das Geld bekommen haben und gesagt haben, baut mal los. Und dann haben wir tatsächlich durch weitere Verbesserungen an diesem Moderator es geschafft, nochmal die Brillanz, den Brightness wesentlich zu erhöhen um Faktor zweieinhalb, durch eine weitere Optimierung, so dass wir tatsächlich jetzt also einen Puls erzeugen können, der sogar deutlich über dem liegt, was wir damals versprochen haben. Zumindest theoretisch, die Praxis müssen wir natürlich noch beweisen, aber zumindest ist das mal ein wesentlicher Fortschritt. So, und wenn Sie jetzt gucken, das vergleichen Sie jetzt mit den Pulsen von den anderen Quellen. Das hier ist es, ISIS, die haben wir gerade schon gesehen, die Quelle in England. Das ist SNS, Spalation Neutron Source in Oak Ridge, Tennessee. Das war die erste Spalationsquelle, Spalationsquelle, die es sozusagen in den Megawatt-Bereich geschafft hat, schon seit einer ganzen Weile in Betrieb. Und das hier ist J-Park, eine ähnliche Quelle, die in Japan betrieben wird, auch schon seit einiger Zeit in Betrieb und haben inzwischen sogar das schwere Fukushima-Erdbeben überlebt und die Anlage wieder in Betrieb genommen. Und Sie sehen hier, die Anzahl der Neutronen ist einfach gegeben durch die Fläche unter der Kurve. Allein daran sehen Sie schon, dass die ESS hier wirklich ein riesen, riesen Fortschritt ist. Was Sie auch sehen ist, bisher hat man Spalationsquellen so gebaut, dass man solche scharfen, relativ scharfen Pulse macht. Und der Grund dafür ist, die Auflösung, man benutzt ja Pulse und macht dann Flugzeitspektrometrie oder Defraktometrie und das bedeutet, man muss genau wissen, wann das Neutron losfliegt. Und deswegen braucht man einen scharfen Puls. Und deswegen war das bisher immer in Ordnung. Jetzt fragen Sie sich, warum machen wir denn dann so einen breiten Puls? Kann man sich jetzt fragen. Ja, die Antwort ist, wir müssen ja irgendwie diese 5 Megawatt loswerden. Und wenn wir jetzt unsere Quelle so bauen würden, dass wir auch so einen scharfen Puls machen würden, ja, dann würde der hier oben durch die Decke gehen. Es gäbe kein Target, dass das überleben würde. Also die 5 Megawatt in so einer kurzen Zeit kriegt man nicht diszipliert, ohne das Target zu zerstreuen. Damit kommen wir nicht weiter. Deswegen hat man gesagt, okay, wir bleiben bei den 5 Megawatt, aber wir machen den Puls wesentlich breiter, verteilen die Energie, die kriegen direkt diszipliert. Und dann bauen wir halt unsere Instrumente so, dass wir diesen breiten Puls in optimaler Weise ausnutzen können, indem wir uns dann zum Beispiel schmale Pulse, wenn wir sie dann brauchen, rausschneiden. Und vielleicht sogar viele davon. Und das erkläre ich Ihnen gleich. Das ist genau die Lösung, wie man ESS dann richtig macht. Noch ein letztes Wort. Hier unten, das sieht natürlich relativ schlecht aus hier. Ist auch ein bisschen unfair. Also das ist sozusagen der Fluss des ILL, der aktuell weltweit führenden Quelle. Da muss man natürlich sagen, das ist eine Dauerstrichquelle, die liefert ständig diese Neutronen, wenn wir nur alle 14 Sekunden, ja, jede 14. Sekunde für 3 Millisekunden diesen Riesenpuls liefern. Aber Fakt ist, ein Designkriterium war, dass hier der 2013 Puls entspricht gemittelt gerade dem ILL-Puls. Das war ein Designkriterium, dass man gesagt hat, das wollen wir schaffen. Wir wollen im Mittelfluss mindestens genauso gut sein wie das ILL. Und inzwischen sind wir sogar durch die Verbesserung sogar deutlich besser. Also nur auch, um das in Relation zu setzen. Gut, ja, und Konsequenz von dem Ganzen ist, wenn man jetzt diese 5 Megawatt runter skaliert auf 2, das ist, was wir planen, womit wir unsere Experimente, wenn wir in Nutzerbetrieb gehen, 2023, 2024, wollen wir bei 2 Megawatt anfangen und dann auch den Beschleuniger, die Quelle da erstmal lassen und dann lieber die Quelle erstmal auf Verfügbarkeit, auf Zuverlässigkeit optimieren und nicht möglichst schnell auf 5 Megawatt hochgehen, weil wir sagen, ja, damit liefern wir praktisch schon das, was wir damals versprochen haben und natürlich für eine Nutzerfacility ist es wichtig, dass sie auch zuverlässig läuft. Also fokussieren wir mal lieber uns darauf, diese komplexe Maschine zuverlässig zum Laufen zu kriegen und erst wenn wir das haben, dann gehen wir natürlich irgendwann zurück auf die vollen 5 Megawatt. Ja, noch eine Besonderheit, die ich besonders schön finde an dem Design der ESS in Bezug auf den Moderator. Jeder, der Neutronenstreuung macht, ist, man muss sich entscheiden, geht man an ein Instrument, das an einer kalten Quelle ist, also an einer, die auf kalten Wasserstoff guckt, mit langwelligen Neutronen, oder geht man an eine, eine sogenannte Therm, ein thermisches Instrument, das auf eine thermische Quelle guckt, also auf eine mit Wasser betriebenen Moderator. Das müssen Sie bei der ESS nicht. Dieser sogenannte Pfannkuchenmoderator ist so gemacht, der hat einen Teil mit Wasser, der hat einen Teil mit kalten Wasserstoff und alle Beam-Ports sind so gemacht, Sie können entweder aufs Wasser gucken oder auf den kalten Wasserstoff oder sogar beides und Sie können das gesamte Wellenlängsspektrum rausziehen und zur Verfügung stellen und diese Option haben Sie sonst fast nirgends und damit können Sie natürlich dann nochmal eine ganz andere Klasse von Experimenten machen. Sie können zum Beispiel Kleinwickelstreuung und Diffraktion kombinieren, gleichzeitig an einem Experiment, in einem schnellen In-Situ- oder auch Operando-Experiment. Das ist noch eine Besonderheit der ESS. Jetzt habe ich ja schon ausführlich über den breiten ESS-Puls geredet und ich habe ja auch schon gesagt, naja, breiter Puls, gut und schön, der hat auch Nachteile, weil wenn der so breit ist, dann weiß man ja nicht genau, wann fliegen denn die Neutronen los, deren Flugzeit ich bestimmen muss und nun gibt es Experimente, da muss man das mit hoher Präzision machen, so hochauflösende Experimente und da gibt es welche, da muss man das gerade nicht machen. Da ist das überhaupt kein Problem und dementsprechend gibt es unterschiedliche Instrumentierungsstrategien. Das eine ist eben hier Kleinwickelstreuung, Reflektometrie und dergleichen, Einkristallbeugung. Da geht man gerne mit einem breiten Wellenlängsspektrum drauf und nutzt lieber den ganzen Fluss, den man bekommen kann. Das heißt, da benutzt man große Teile von dem breiten Puls. Aber für andere Anwendungen, zum Beispiel für die ganzen Spektrometer, wo man ja Energieänderungen mit hoher Auflösung messen muss, wo man genau wissen muss, ja, wann fliegt denn mein Neutron genau los, da macht man eben sowas hier, man mit diesen Choppern, also mit diesen Scheiben, mit den Löchern drin, besorgt man sich dann lauter Einzelpulse, die man hier rausschneidet aus dem breiten Puls. Und in beiden Fällen bekommen Sie also 10 bis 100 beziehungsweise 10 bis 30 Mal mehr Neutronen auf die Probe, als das vorher möglich war. Weil Sie insgesamt auch die vorhandenen Neutronen besser ausnutzen können, als das bisher möglich war. Das sind natürlich echte Möglichkeiten, ein echter Fortschritt für Neutronen, die ja immer intensitätslimitiert gewesen sind für lange Zeit, was ich Ihnen gesagt habe. Und wenn man das dann macht, dann kann man natürlich andere Experimente machen. Natürlich kann man viel schneller messen, ja, völlig klar, höhere Zeitauflösung. Man kann aber auch Dinge machen, dass man sich leisten kann, mit wesentlich höherer Auflösung zu messen, als vorher, weil man einfach auch genügend Fluss hat. Man kann sehr breite Dynamik im Energiebereich und im Streuvektor machen. Das geht, weil man eben kalte und zum Beispiel auch, weil man kalte und thermische Neutronen in einem Instrument zur Verfügung hat und kann dann eben sehr große Bereiche, Längenskalenbereiche zum Beispiel, abdecken gleichzeitig. Man kann natürlich viel kleinere Neutronenstrahlen machen und kann dann die Probe abscannen mit wesentlich höherer Ortsauflösung, als das bisher möglich war. Und man ist eben besonders flexibel, weil man den breiten Puls auf verschiedene Weise ausnutzen kann, wie ich das gerade erklärt habe. Und wenn Sie das dann noch mit einer guten Probenumgebung, also Kryostaten, Öfen, In-Situ-Umgebung, In-Situ-Schweißgeräte, was immer Ihnen einfällt, kombinieren, können Sie fantastische neue Sachen machen. Ja, und dann, hier ist nochmal eine andere Art, das Gleiche darzustellen. Sie können sich kleinere Proben angucken, Sie können sich verdünntere Proben angucken und so weiter. Also sehr viele Dinge können Sie wesentlich besser machen. Wenn Sie dann jetzt sich überlegen, Science Case, was kann man denn für tolle neue Sachen machen, die man vorher nicht machen konnte. Hier sind eine Menge verschiedene Sachen aufgeführt. Ich mache mal ein Beispiel. Das ist dieses hier mit den Complex Interfaces. Diese Folie habe ich nicht gemacht, die hat mein Vorgänger gemacht und mir gefällt die so gut, weil er eine alte Publikation von mir hier rausgenommen hat. Und deswegen liegt das jetzt besonders nahe, dass ich Ihnen das erkläre. Ist aber auch ein besonders schöner Fall. Was ich damals gemacht habe am ILL, so als junger, aufstrebender Postdoc, da will man dann ja immer den alten Herrn zeigen, dass man das alles besser kann und dass man tolle Ideen hat. Und was wir damals gemacht haben, das war in den 90er Jahren, da hatte man diese MBE-Anlagen, Molekularstrahl-Epitaxie, wo man große Proben machen konnte und wo man in exzellente, einkristalliner Qualität sogenannte Übergitter herstellen konnte aus den verschiedensten Materialien. unter anderem eben auch magnetische Übergitter, das war ein ganz heißes Thema damals. Und was Ihnen jeder erzählt hat, Sie können daran Beugung machen, aber inelastische Beugung, Dynamik angucken, an diesen Nanostrukturen, mit Neutronen, das geht nicht. Und dann haben wir halt gesagt, doch, kann man sich auf den Bierdeckel ausrechnen, wenn man weiß, dass man diese Molekularstrahl-Technik entsprechend nutzen kann, wenn man davon hunderte von Schichten macht, wenn man große Substrate nimmt und wenn man magnetische Materialien mit einem riesen Streuquerschnitt nimmt, nämlich seltene Erdelemente, dann kann man zum Beispiel Gardolinium-Yttrium oder Dysprosium-Yttrium Übergitter herstellen und dann kann man tatsächlich, sollte es auch möglich sein, Spindynamik zu untersuchen mit Neutronen in diesen Schichten und das haben wir damals zum ersten Mal gemacht, mit den damals neu verfügbaren kalten Dreiecksspektrometern, die es gab am ILL und auch am NIST, wo wir damit angefangen haben und zum ersten Mal gezeigt, das geht und wir haben auch tolle neue Physik rausgekriegt. Wir haben nämlich gesehen, nachweisen können, dass die magnetische Wechselwirkung zwischen diesen Schichten tatsächlich, dass es da auch wichtigen Einfluss gibt der Grenzflächen, die es im Volumen nicht gibt. Das konnte man theoretisch postulieren, aber nur auf diese Weise nachweisen. So was konnte man damals schon machen, aber eben nur mit diesen seltenen Erden. Mit den normalen magnetischen Materialien, Eisen, Nickel, Kobalt, was also eine viel größere praktische Bedeutung hat und sehr viel weiter verbreitet ist, diese Materialien haben nur einen viel kleineren magnetischen Moment und mit denen geht es nicht, weil die einfach nicht so eine starke Wechselwirkung haben. Das geht aber jetzt an der ISS, das heißt, Sie können öffnen diese gesamte Materialklasse für derartige Studien an der ISS und ähnliche Schichten können Sie zu allen möglichen anderen Forschungsgebieten auch erzählen. Hier ist sozusagen noch ein letztes Beispiel, auch aus meiner eigenen Forschung und das geht zurück auf meine Geschichte an PETRA III, also in meiner früheren Tätigkeit habe ich da ein paar, mit meiner Gruppe ein paar Beamlines aufgebaut und wir haben sehr anwendungsorientierte Materialforschung gemacht und eine Sache, die wir gemacht haben, war eben, dass wir Schmiedeprozesse uns angucken wollten und es gab hier so ein Laborgerät, das haben sich die Leute, die Materialforscher, die sowas untersuchen wollten, gekauft und ins Labor gestellt und damit waren die in der Lage, hier mit so einer Induktionsheizung ein Metall aufzuheizen und gleichzeitig konnte man dann hier einen entsprechenden Druck ausüben und dann konnte man eben so eine Umformung, eine Verformung machen und dann haben die daran Dilatometrie und alle möglichen anderen Methoden gemacht und wir haben gesagt, Mensch, sowas kann man doch auch in Synchrotronstrahl stellen und so einen 100 kEV hochenergetischen Synchrotronstrahl wie in Petra in fantastischer Weise liefert. Das funktioniert, ist ganz hervorragend und das ist eine extrem populäre Probenumgebung, die ständig genutzt wird, auch von der Industrie an Petra 3. Genau sowas kann man aber dann an der ESS auch mit Neutronen machen. Es gibt bestimmte Phasenumwandlungen in bestimmten Materialien, die sehen Sie nicht mit Röntgenstrahlung, dafür brauchen Sie Neutronen. So ein Gerät haben wir auch jetzt für ein FM2 sozusagen zum Üben, aber so richtig gut gehen mit schnell dynamischen Experimenten wird das natürlich erst an der ESS. Also das ist auch so eine Sache, wo man echt wirklich was Neues an der ESS machen kann. Gut, jetzt möchte ich Ihnen noch ein bisschen was zum Ende hin erzählen, wie es im Projekt geht, was wir da tatsächlich machen, auch was für Instrumente wir bauen, was ist insgesamt unsere Aufgabe, wir müssen ja, wir sind eine Nutzereinrichtung, so wie der FM2, so wie Petra 3, das heißt, wir müssen für unsere externen Nutzer die Forschungsanträge schreiben, sozusagen alles liefern, was gebraucht wird von der genialen wissenschaftlichen Idee bis hin zur Publikation. Und das erste sind Instrumente und zwar 22 insgesamt, das ist unsere Aufgabe, wir sollen insgesamt 22 Instrumente bauen, die Probenumgebung dafür, das heißt Pröstate, Öfen oder solche verrückten Sachen, was ich gerade gezeigt habe und natürlich auch Forschungslabors, direkt an Instrumenten für die Vorbereitung von bestimmten Proben, die man zum Beispiel nur vor Ort direkt vorbereiten kann und natürlich alles, was zur Datenanalyse bis hin zur wissenschaftlichen Publikation gehört. Das ist sozusagen das, wofür ich auch zuständig bin an der ISS und naja, ein wichtiger Punkt sind natürlich die Instrumente, die man, die wir bauen und wir haben 15 Instrumente sind finanziert aus dem Baubudget, die anderen sieben werden dann aus dem Betriebsbudget finanziert, also 15 Instrumente haben wir ausgesucht, die gebaut werden. Das Wichtige, Sie müssen ja gar nicht durch alles durchgehen, nur ganz generell, hier gibt es, das ist sozusagen ein bisschen nach Themen- und Längenskalen organisiert, hier oben sind Reflektometer, ein Imaging-Gerät und Kleinwinkelstreugerät, habe ich Ihnen ja vorhin erklärt, was das ist, das sind diverse Diffraktometer, das hier ist speziell, da ist ein Imaging-Gerät dabei, mit dem man eben Neutronenfotos machen kann und das sind diverse Spektrometer, mit denen man inelastische Beugungen, also Anregungen machen kann und der wichtige Punkt ist eigentlich in dieser Spalte hier, hier sind jetzt die In-Kind-Partner genannt, die diese Geräte bauen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, wir bekommen, wir bauen das nicht alle selber, sondern wir machen das in europäischer Kollaboration und wir bekommen sozusagen fertige Instrumente oder Teile von fertigen Instrumente liefert, die wir dann gemeinsam bei uns am Gelände in Lund zusammenbauen und hier sehen Sie, wo die aber alle herkommen. Sie kennen vielleicht, also PSI zum Beispiel, wo der Swiss-Fell steht, ist auch ein ganz wichtiger Partner in der Lieferung von Instrumente. ISIS in England zum Beispiel, Forschungszentrum Wülig und wie schon gesagt, TUM ist ein ganz wichtiger Partner hier für Odin, für das Imaging-Instrument und für C-Spec, eins der inelastischen Spektrometer und jeweils immer in Zusammenarbeit in den meisten Fällen mit anderen Partnern. Also es ist eine echte europäische Kollaboration. So, in dieser Version haben wir jetzt, hier hat sich jetzt im Wesentlichen nur diese Spalte geändert. Das zeigt jetzt an, das Ziel, wo wir uns einig sind mit unseren Instrumentbaupartnern, was wir denn erreichen können bei zwei Megawatt. Die zwei Megawatt, wie gesagt, wenn wir Nutzerbetrieb aufnehmen, das ist die Leistung, die wir denken, erreichen zu können zu dem Zeitpunkt. Und wir haben diese Instrumente natürlich so ausgewählt, dass wir gesagt haben, die müssen weltweit führend sein, besser als alles andere, was es auf der Welt gibt. Das ist das Kriterium, nachdem wir die Instrumente aussuchen und sozusagen auch die festlegen, was wir denn in der Version für den ersten Tag, wenn es losgeht, finanzieren. Und hier sehen Sie sozusagen die Leistung im Vergleich zu existierenden Instrumente. In vielen Fällen Faktor 10, manchmal auch Faktor 100. Im Mittelwert ist das ein Faktor 20. Also über die gesamte Integral, über die gesamte Instrumentierung 20 mal besser als alles, was es zurzeit gibt bei zwei Megawatt, wenn wir anfangen. Wenn wir dann weitermachen, die Instrumente voll ausstatten mit voller Detektorfläche, die wir uns zu Anfang noch nicht leisten können, weil die sehr teuer ist. Und wenn wir voll hochgehen zu den vollen 5 Megawatt, was man natürlich auch tun kann, dann kommt dann Faktor 100 im Mittel raus. Zwei Größenordnungen, höhere, also bessere Leistungsfähigkeit Leistungsfähigkeit dieser Instrumente zu allem, was es derzeit, zu den Besten, die es derzeit gibt. Das ist natürlich ein Wort und das ist faszinierend und das wird natürlich tolle neue Neutronenforschung erlauben. Gut, dann hier nochmal ein Bild der Instrumente, die ich Ihnen gerade schon gezeigt habe. Auf dieser Grafik sind jetzt die, die hier in FET dargestellt sind. Das sind diese 15 Instrumente, die ich gerade auf der Tabelle schon hatte. Die, die hier in dünn gemalt sind, das sind sozusagen, ich hatte ja gesagt, insgesamt sollen wir 22 Instrumente bleiben. Das sind die sieben Instrumente, die noch nicht entschieden sind. Das muss auch nicht genau das sein, was da steht. Also wir haben noch sieben Plätze frei und müssen jetzt dem nächsten Prozess anfangen, auch mal zu entscheiden, was denn dahin gebaut werden soll. Was Sie auch sehr schön sehen können, das sind diese Symbole, die ich Ihnen vorhin schon bei diesem Tortendiagramm gezeigt habe, für die verschiedenen Wissenschaftsgebiete. Das ist jetzt hier aufgetragen bei den verschiedenen Instrumenten und es zeigt Ihnen eben, dass im Prinzip praktisch alles an Forschungsthemen, die man so mit Neutronen macht, typischerweise, eben auch schon mit den verschiedenen Methoden wirklich sehr gut abgedeckt ist. Natürlich können wir nicht alle 15 Instrumente gleichzeitig bauen. Wir müssen eine Reihenfolge festlegen, wir können nicht alles auf einmal machen und wir haben acht Instrumente ausgesucht, mit denen wir den Nutzerbetrieb anfangen wollen in 2023, 2024 und das sind die hier rot unterlegten und auch da, wenn Sie das dann abgleichen mit den Wissenschaftsgebieten und den Methoden, die sehen, es ist sozusagen aus allen Methoden was dabei. Es ist das Imaging-Gerät, es ist eine Kleinwinkelanlage, ein Reflektometer, ein Diffraktometer, genau genommen zwei Diffraktometer, drei sogar und zwei inelastische Spektrometer in den ersten acht dabei. Gut, und jetzt nur ein Beispiel, was ich schon angedeutet habe, eine Sache, die an der ESS geht, was vorher nicht geht, einfach weil wir für ein Instrument sowohl thermische als auch kalte Neutronen gleichzeitig anbieten. Man kann sich also entscheiden, man möchte sich das gesamte Wellenlenkspektrum vom Moderator ziehen und damit Forschung machen und das haben einige Instrumente gemacht, nämlich hier Heimdall, Dream und Bier, das sind alles Diffraktometer, die optimiert werden als Diffraktometer, wo man aber gesagt hat, naja, statt hinterher den direkten Strahl in Beamstop zu schicken, wäre es doch toll, wenn wir in der späteren Ausbauversion auch noch eine Kleinwinkelanlage dran bauen können, dann können wir nämlich auf dem gesamten Längenskala von Atomara-Skala bis hin zu eben Nanometer, Mikrometer alles abdecken und gleichzeitig messen Warum ist das wichtig? Naja, was sie an der ISS auch machen wollen, sind halt in situ in operando Experimente, das heißt, sie wollen Prozesse zum Beispiel schweißen oder irgend so schweißen oder schmieden oder derartige Dinge, die sehr schnell gehen, wollen sie messen und dann brauchen sie die gesamte Information gleichzeitig auf der ganzen Längenskala und da macht es auch nicht unbedingt Sinn oder macht es keinen Sinn, das gleiche Experiment auf dem Diffraktometer oder auf einer Kleinwinkelanlage zu machen, weil sie dann einfach nicht wissen, ja, was war denn da jetzt gleichzeitig? Wie ist die zeitliche Korrelation? Da müssen sie schon die gesamte Information gleichzeitig messen. Also derartige Dinge können sie besonders gut an der ISS machen, weil sie eben das gesamte Welleninspektrum zur Verfügung haben und das gleiche, ähnliches gilt auch für Beugung und Imaging zum Beispiel, also den direkten Strahl nutzen und auch gleich nochmal ein Foto schießen sozusagen von der Probe, die man im Strahl hat. Ja, so, wie sieht denn das aus, was wir da eigentlich bauen? Das ist jetzt hier dargestellt, das hier ist das Target-Gebäude, hier ist das Target, also dieses 2,5 Meter, 5 Tonnen Läufrahmenrad, das ist die eigentliche Neutronenquelle mit dem Moderator, die Protonen mit dem langen Beschleuniger kommen hier von hier unten und dann gibt es hier sogenannte Neutronenleiter, das ist so ähnlich wie Lichtleiter vom Prinzip her, mit dem man dann Neutronen zu den Instrumenten führen kann und hier sind jetzt die 15 Instrumente, für die wir derzeit Finanzierung haben, aufgezeigt und was hier eben auch ist, das sind die ganzen Icons hier, das sind die Icons der Lead-Partner für die ganzen Instrumente, die wir derzeit bauen und ja, die TUM ist hier oben und da, das sind eben das Imaging-Gerät und das Spektrometer, das von der TUM gebaut wird. Insgesamt muss man sagen, dass Deutschland sehr stark ist in der gesamten Instrumentierung, Deutschland hat von Anfang an seinen Fokus bei der Beteiligung an der ISS auf Neutronen-Instrumentierung gelegt und dementsprechend wird auch praktisch fast die Hälfte der Instrumentierung an der ISS von deutschen Partnern geliefert. Also Sie finden hier sehr oft Jülich noch dabei, Jülich sind die Kollegen, die praktisch am meisten machen und hier oben ist auch noch Geestach da, wo ich früher war. Ich gebe offen zu, das Gerät mit dem fantasievollen Namen hier, das habe ich vorgeschlagen, den Namen übrigens auch. Gut, wir bauen nicht nur die Instrumente, sondern dazu gehört eben auch noch eine wissenschaftliche Infrastruktur drumherum. In diesen Gebäuden hier neben den Hallen direkt befinden sich also verschiedene wissenschaftliche Labors für unsere Nutzer, wo sie direkt zusätzlich noch komplementäre Experimente machen können und ihre Proben vor allen Dingen vorbereiten können für die eigentlichen Neutronen-Messungen. Gut, wir können also schon mal schöne Bildchen machen, das haben wir Ihnen schon gezeigt, jetzt möchte ich Ihnen auch noch die Realität zeigen, wo wir tatsächlich sind jetzt im Projekt. Wir gucken jetzt mal hier in diese Ecke, also der Fotograf steht hier und guckt in diese Richtung und da sind wir jetzt. Also ist schon was passiert, aber ist auch noch ein bisschen Arbeit, was Sie hier sehen, das genau hier hinter diese Runden, da in dem Zentrum sozusagen von diesem Radius, da ist das Target. Drumherum entstehen die gesamten Target-Infrastrukturen, das ist extrem Schwerbeton mit extrem viel Stahl drin, es hat hier Verzögerungen gegeben, weil wir nämlich, Fukushima ist bekannt, jeder, der einen Reaktor betreibt, weiß, was das bedeutet, man bekommt neue Auflagen, neue Sicherheitsauflagen, als eben als Konsequenz aus dem Fukushima-Unfall damals, das betrifft auch uns, uns hat man gesagt, ihr müsst euch auf ein Erdbeben der Magnitude 7 vorbereiten, ihr müsst also ein derartiges Erdbeben muss dieses Target-Gebäude aushalten, ohne dass Radioaktivität frei wird. Man muss mal wissen, sowas passiert in Skarne praktisch nicht, also in Südschweden, das kommt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Millionen vor, aber das ist eben genau sozusagen die Sicherheitsdenke, wir bereiten uns auf einen Fall vor, der so gut wie nie vorkommt, dann sind wir halt vorbereitet. Also mussten wir das gesamte Target-Gebäude komplett umplanen, es gab auch noch zusätzliche Sicherheitsauflagen gegen Terrorangriffe, die insgesamt dafür sorgen, dass wir hier einen Bunker bauen, der also seinesgleichen sucht und das alles dauert halt leider ein bisschen länger, deswegen sind wir noch nicht weiter als das, trotzdem sind wir optimistisch, dass wir in 2023, 2024 mit dem Nutzerbetrieb anfangen können. Wo es wirklich sehr weit, sehr gut vorangeht, das ist die große, Sie hatten gesehen, da war auf der rechten Seite, war diese große, lange Neutronenleiterhalle, die geht richtig gut voran, das freut uns sehr, da werden also die ganzen Instrumente hinkommen, die diese da auf der rechten Seite gesehen haben, die 160 Meter lang sind übrigens. Das sind hier die Außengebäude, wo die Labors reinkommen und das ist eine Luftansicht, der Gesamtanlage, also Sie sehen hier das Target-Gebäude, wo also kräftig gebaut wird, das ist das lange Gebäude für die langen Instrumente, wo sehr guter Fortschritt sichtbar ist und wo praktisch alles schon fertig ist, das ist hier, das Beschleunigergebäude, das sieht wirklich sehr gut aus, das ist fertig, übergeben und da werden Beschleunigerkomponenten bereits eingebaut. Ja, insgesamt, die Gesamtanlage ist über 40% fertig, die ersten Gebäude, nämlich diese Beschleunigergebäude, sind bereits übergeben, diese riesigen Hallen hier, das sind die, wo die gesamte Infrastruktur für den Beschleuniger reinkommt, da beginnt der Einbau, das hier ist ein Blick in den Tunnel, der ist inzwischen auch schon voller, als es hier aussieht, da werden also inzwischen ganz kräftig Kabel verlegt für die ganzen Komponenten, die da reinkommen und das ist hier die Ionenquelle, sozusagen der erste Teil des Beschleunigers, wo dann die Ionen, die Wasserstoffionen, also die Protonen erzeugt werden und die dann später beschleunigt werden. Ja, insgesamt werden wir eine Nutzer-Facility sein, genau wie Petra oder der FM2, das MLZ, nach dem gleichen Modell, offen für Wissenschaftler aus allen Bereichen, Forschungsinstitute, Universitäten, Industrie, wir leisten die übliche Nutzerunterstützung, alles von der Unterstützung am Experiment bis hin zur Abwicklung von Mail-In-Experimenten, das macht Sinn für bestimmte Art von Experimenten, dass der Nutzer gar nicht mehr selber vorbeikommt, und das Ganze wird nach wissenschaftlicher Exzellenz ausgesucht, so wie es üblich ist, aber wir haben natürlich auch spezielle, werden auch spezielle Zugangsmöglichkeiten für Industrie haben, die dann ihre Strahlzeit bezahlt. Wir rechnen mit 2.000 bis 3.000 Wissenschaftlern pro Jahr, die kommen und die Anlage nutzen und die dann für wenige Tage bis zu vielleicht sogar Wochen bleiben für ihre Experimente und das Ganze natürlich auf einer Riesenbreite von wissenschaftlichen Forschungsthemen. Ja, noch ein kleines Einblick sozusagen in die europäische Gesamtlandschaft. Was ist denn der Hintergrund, auch für die Finanzierungsentscheidung der ESS? Wie sieht es insgesamt aus? Was hier aufgetragen ist, ist die Anzahl der in Europa verfügbaren Instrumententage an Neutronenquellen in Europa als Funktion der Zeit und das Ganze hier in zwei verschiedenen Szenarien, ein pessimistisches Szenario und ein optimistisches Szenario. Die ESS ist jeweils hier unten. Das pessimistische Szenario ist, dass die ESS irgendwann aufhört, weitere Instrumente zu bauen, weil wir kein Geld mehr kriegen und das andere ist hier, dass wir möglichst schnell bis zu einer vollen Kapazität von 35 Instrumenten bauen und was Sie hier dann sehen, ist, dass bestimmte Quellen einfach abschalten und da gibt es bereits entsprechende Entscheidungen. Der Reaktor in Berlin, der HZB wird abschalten, LLB, eine fantastische Quelle bei Paris, wird abschalten und es steht zu befürchten, es könnte sein, dass es weitere gibt, deswegen gibt es hier zwei verschiedene Szenarien. Ganz wichtig ist das ILL, das hoffentlich möglichst lange läuft, sieht inzwischen ganz gut aus, denn eins ist auch klar, bis die ESS soweit sein wird, dass sie wirklich so viele Nutzer aufnehmen kann, das wird natürlich noch ein Weilchen dauern. Und natürlich gibt es dann hier weitere Quellen, die dann sozusagen die Last, die verbleibenden Quellen und der FM2 ist einer davon, weitertragen müssen und das heißt, da kommen dann, da auf diese wenigen Quellen fokussiert sich dann alles. Das heißt, das zeigt einfach, die ESS insgesamt muss natürlich sehen, dass sie so schnell wie möglich ein möglichst breites Spektrum an Forschungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Gut, damit komme ich langsam zum Schluss. Noch ein kurzer Einblick in unsere Nachbarschaft, das sind wir hier vorne und wie schon erwähnt, haben wir einen Nachbarn, Max IV. Max IV ist der erste Diffraction Limited Storage Ring, den es auf der Welt gibt. Die ganze Grundidee, die das zum ersten Mal gemacht haben, kommt hier von einem kleinen Universitätssynchrotron an der Universität Lund und basiert auf diesen Ideen haben die ein entsprechendes neues, fantastisches Gerät, ein 3 Giga-Elektronen-Voltring gebaut und ein 1,5 GV-Ring, es sind sogar zwei Ringe, die da zur Verfügung stehen und es ist eben die weltweit führende Technologie in diesem Bereich und das erste entsprechende Gerät steht da. Wir werden die weltweit führende Neutronen-Forschungseinrichtung sein, das heißt insgesamt für unser Forschungsthema wird Lund natürlich ein fantastischer Standort sein in Zukunft. Vor diesem Hintergrund gibt es auch Pläne hier in dieser Region, hier das ist im Moment bisher alles nur Feld, eben auch so eine Art Forschungsstadt zu bauen, wo dann Universitäten Außenstellen gründen können, wo wir ein gemeinsames Gästehaus zusammen mit Max IV haben werden können, wo man Tagung organisieren kann und dergleichen und so fort. Ja, damit komme ich zum Schluss, ich möchte Ihnen noch mal kurz so den Fortschritt zeigen. So hat die Baustelle ausgesehen 2014, als es losging, zwei Jahre später war schon sehr, sehr viel passiert. Hier sehen Sie Beschleunigergebäude, hier sehen Sie sozusagen die ganzen, das Loch, die Baugrube für das Target Gebäude, was man da gemacht hat und was auch viel extra Zeit gekostet hat, da musste man lauter 20 Meter lange Pfähle in den Boden rammen, denn Sie können sich vorstellen, dieses Target Gebäude mit dieser massiven Abstimmung ist einfach schwer und das ist einfach nur ein Schlammboden, das würde einfach einsacken. Das geht natürlich nicht, das heißt, Sie müssen ganz viele Pfähle hier tief in den Fels rammen, der liegt 20 Meter unterhalb der Bodenoberfläche, damit das Gebäude stabil ist. Das gleiche müssen Sie hier überall machen, wo die Neutronengeräte stehen, weil natürlich alles relativ zueinander stabil ist, das war bei Petra übrigens genau das gleiche damals, man muss insgesamt sind hier 6000 Pfähle in den Boden gerammt, um die, damit die gesamte Anlage auch wirklich steht und relativ zueinander nicht absackt. So was kostet Zeit, das war damals, hier sehen Sie auch schon das ganze Fundament, wo jetzt schon die Halle längst, war schon zu großen Teilen steht. Ja, und von dem damaligen Zustand habe ich hier so einen kleinen Film, der fängt sozusagen in der Vergangenheit an und geht in die Zukunft. Das heißt, Sie sehen hier, wie jetzt sozusagen das Target-Gebäude dann aus den Löchern herauswächst. Sie sehen, wie hier gleichzeitig dann auch angefangen wird, das lange Gebäude zu bauen. Sie sehen, wie hier die Fundamente für die umliegenden Neutronenleiterhallen gemacht werden. Wir sind jetzt ungefähr in diesem Stand der Zeit. Das heißt, jetzt fangen wir an, in die Zukunft zu gucken. Da ist jetzt diese Halle dann bis dahin schon fertig. Jetzt entstehen langsam hier die Neutronenhallen für die kürzeren Instrumente. Die Target-Halle wächst. Da die jetzt hoch genug ist, kann man auch anfangen, hier die Dächer draufzusetzen. Und hier an der Ecke wird dann zum Schluss fertig gemacht. Leider, liebe Tum, ist genau da, wo euer Odin steht. Das ist halt leider unser Problem. Ja, und in diesem Zustand wird es nach aktuellem Stand im Mai 2021 fertig sein. Wir werden dann anfangen, so schnell wir irgendwie können, mit den Instrumenten erste Komponenten einzubauen. Wir werden hier hinten anfangen, nach vorne gehen und werden dann in diese Hallen reingehen, sobald die verfügbar werden. Und das Ziel nach aktuellem Stand ist, dass wir Ende 2023, 2024 dann wirklich mit einem Nutzerbetrieb anfangen können, mit einem ersten Beam on Target, den ersten Neutronen Mitte 2022. Das Projekt insgesamt läuft schnell. Es gab aber gewisse Verzögerungen. Insgesamt planen wir Nutzerbetrieb ab 2023, 2024. Ich habe Ihnen gezeigt, dass wir ein bis zwei Größenordnungen an Gewinnfaktoren sozusagen im Vergleich zu existierenden Geräten erreichen können, möchten und all das wird natürlich fantastische neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.